hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von alaskan road tourkass das ist gerade ein bisschen ruhig irgendwie ist gerade keine musik aber der ton ist da und ja ihr wundert euch wahrscheinlich hä der hat doch in der letzten folge gesagt er hört auf das ist richtig aber ich habe auch gesagt ich fange wieder an sobald das eisroads update kommt hier hört man das ton da ist und ja was soll ich sagen guckt euch das an es ist ja es ist kein automatisches update es ist ein dlc aber bevor er jetzt meint ich sputter kein geld mehr in dieses spiel ist richtig würde ich auch erst mal im aktuellen stand tatsächlich nicht tun wollen das dlc gibt es aber kostenlos auf steam von dem her kann man es quasi als update betrachten man muss es halt installieren oder sich was die holen also auswählen aus dem dlc ist da und dann sagen bibliothek hinzufügen oder halt installieren und dann kommt das so wir holen uns jetzt natürlich gleich mal ein auftrag dort der dorthin führt wo bin ich überhaupt wir sind doch hier irgendwo wo stehe ich denn da da so die haben keine aufträge weihnachtsmann werkstatt glaubt die sind auch neu was sind es glaube ich so sehe ich das hier nur in den aufträgen wo das hingeht da wollen wir nicht hin da wollen wir auch nicht hin ich würde gern irgendwas was in die eisrode gegend geht oh wir haben schon oh es sind lizenzen hinzugekommen wenn ich das richtig sehe oder bis d gab es bisher glaube ich jetzt ist noch h für so wie es aussieht medizin transporte und e für panzer ok die sachen können wir ähnlich a und b habe ich so das war das das will ich aber nicht da pakete ich hätte gern irgendwas was nach oben geht zur not fahren wir suchen gucken gerade mal ob ich hier irgendwas finde es geht alles in den süden super uncool ich sehe als dass es nicht nach da oben geht von dem her ja dann fahren wir fahren wir so hier hoch wegpunkt hinzufügen so dann machen wir da die route hin handbremse licht so ja wir haben noch unseren weißen talk ich überlege gerade ob das eine gute entscheidung war dass wir den nehmen weil im gegensatz zum zu dem alten talk dem da sollte ich nicht runterfahren im gegensatz zu dem alten talk den wir hatten hat der hier keine keine winter reifen drauf der andere hatte zumindest einigermaßen passende reifen so wir fahren tatsächlich ganz dreist über den grünstreifen konnte man nicht sehen dass sein grünstreifen ist die richtung stimmt doch oder ich gucke gerade mal wir haben die richtung stimmt wow so jetzt jetzt passt es auch irgendwie das navi nicht neu gerechnet hatte es irgendwie keinen bock drauf oh und ich sehe gerade hier guck mal das navi passt jetzt auch der bug ist raus sehr schön ich überlege gerade ob wir hier bei dem schnee bremsprobleme kriegen aber ich glaube wir gehen nachher erstmal nochmal in den tag aber ich muss ein bisschen schlafen bisschen wach sein dass ich nachher noch einschlafen kann so wenn wir zu wach also wenn wir zu ausgeschlafen sind können wir uns nicht hinlegen deswegen müssen wir da ein bisschen gucken ich sollte nicht den rückwärtsgang reinmachen ja die kai fällt immer noch genauso grausam aber jetzt haben wir zumindest mal interessante herausforderungen glaube ich die eisroads könnten interessant sein was fahrtechnik und so angeht deswegen hoffen wir dann mal aufs beste wenn wir nachher am zielpunkt angekommen sind dann wie gesagt dann werden wir auf jeden fall mal noch schlafen gehen man ist schon versucht bei ruhe drüber zu fahren weil es hat glaube ich eh keinen einfluss aktuelle ich habe eigentlich nur den scheibenwischer angemacht intervallwischer wäre noch was schönes das würde ich feiern ah grün ja ich bin mal gespannt wie das vom fahrverhalten ist ich habe jetzt einen guten vergleich zum euro oder amerikan truck simulator weil da ist ja jetzt das winter event und da haben wir jetzt auch schneelandschaften also momentan fährt sich noch völlig normal würde ich sagen eben als auch übrigens da würde ich noch diese trucks hier würden bis der stufe zwei müsste bis 60 fahren 60 meilen aber hier aber 51 ist ende mehr geht nicht und jetzt ist er definitiv nicht zu schwer beladen wir haben überhaupt keine ladung wir sind so unterwegs also momentan fährt er gefühlt wie oft her man sieht halt nicht so wie oft her weil einfach die straße weiß ist ja noch ein gang mehr habe ich hier nicht also acht gang ist fini ja gucken wir mal so dann hoffe ich mal dass wir es zumindest heute bis bis zu der straße schaffen und dann müssen wir mal gucken ob es dann hell genug ist oder ob wir noch schlafen gehen müssen für ein zwei drei stündchen also aktuell tut sich da wirklich nicht ganz viel ich weiß aber auch nicht was der jetzt hier für räder drauf hat oder für reifen viel mehr bei dem alten weiß ich hatten wir reifen drauf die ein bisschen erhöhten grip bieten also aktuell sehe ich tatsächlich noch keinen vorteil den mir hier der 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 neuere truck bietet vielleicht kommt das noch irgendwo müssen wir hier abbiegen da so jetzt kommen wir in das gebiet der eis road truckers wenn ich das richtig sehe gucken wir sobald wir am zielpunkt sind da werden wir dann das 4,8 grad sehe ich gerade da werden wir dann mal kurz ein dickerchen machen dass wir ins helle kommen wie in game zeit haben wir denn 22 uhr 14 ja das sieht aber schon schick aus hier und da soll es halt wirklich auf auf eisstraßen also auf zugeeiste sehen gehen ich vermute deshalb auch der plötzliche winter einbruch so wir sind gleich da da müssen wir nur noch ein nickerchen machen und dann dass wir in die tageszeit also das auf tagsüber kommen oder soweit es halt geht ein nickerchen machen ja dann bin ich mal gespannt so wir sind am ziel gucken wir mal dass wir hier uns irgendwo hinstellen können das sieht doch schon mal gut aus das sieht doch schon mal gut aus so dann gehen wir gerade mal schlafen insofern das geht ja wohl acht stunden 22 uhr ja das passt dann sind wir bis um 6 uhr morgens wenn ich das richtig sehen müsste jawohl 6 uhr 33 sehr schön machen wir gerade mal noch eine instant suppe dass wir genug zu essen haben instant suppe am morgen vertreibt kummer und sorgen so passt ja also von der sicht her sieht das alles schon mal gar nicht schlecht aus jetzt müssen wir aber natürlich nach aufträgen gucken so was haben wir hier denn icicle brücke da gibt es aufträgen da gibt es auch einen shop das ist schon mal gut ausrüstung für bagger also ich muss wieder in die ansicht hier jawohl das ist genau so einen den wir machen wollen okay da müssen wir hin so so wo bin ich denn hierhin gefahren so hier muss irgendwo so die straße lang gehen ah das ist die brücke warning wildernis area ja das ist okay also jetzt haben wir plötzlich traktionsprobleme jetzt geht es auf die eisroute ich weiß nicht ob wir gleich einen ladebildschirm kriegen oder was hier dann passiert oder ob das so muss aufpassen dass es da nicht quer geht wir haben nicht viel platz wir haben nicht viel platz es ist echt schön damit zumindest mal wieder was neues zu entdecken die anderen touren ja okay man konnte andere hätten noch höheren führerschein machen können dass man noch andere touren machen kann da sind jetzt ja wir entdecken icicle point so holen wir uns den auftrag ich bin sehr gespannt ich glaube es ist rutschig ich überlege ob wir schneeketten drauf machen sollten ja eisroute wir machen mal schneeketten drauf wir haben minus acht grad wo habe ich schneeketten hier nicht reifenketten und wintermantel habe ich da brauche ich noch batterien für wurde mir gesagt das macht allerdings Sinn so gehen wir gerade mal raus und ziehen dann den wintermantel an so wir halten uns warm habe ich hier noch irgendwie ketten oder irgendwas drin kühlerabdeckung sehr gut und noch mal reifen ketten wow amerikanische flagge okay ich hoffe das ist überhaupt die angetriebene achse ja das ist auf jeden fall eine angetriebene achse vorne kann ich gar keine ketten montieren sehe ich das richtig ach da hat gleich auf beide achsen welche drauf gemacht einmal reifenketten haben wir noch aber vorne scheine ich nicht die möglichkeit zu haben okay so machen wir den wintermantel wieder aus so wir sind zumindest mal haben jetzt mal soweit vorgesorgt soweit uns die möglichkeiten gegeben sind fährt sich auf jeden fall schon mal besser die sperre gibt es noch die haben wir jetzt noch nicht dran minus 21 grad gut dass wir vorgesorgt haben kühler frostschutz montiert haben wintermantel müssen wir gleich noch wieder anziehen denn habe ich jetzt in der kabine halt ausgezogen aber die ladung können wir noch nicht wir müssen hier irgendwo hin da müsste das sein gucken wir mal wo der dude ist so es wird wohl irgendwas von denen da sein so gang raus handbremse ran wintermantel anziehen so äh förder ausrüstung für bagger ach so die ist die einzige icepick mining das passt so die nehmen wir der da ist das cool so große bagger schaufeln und ketten wenn ich das richtig sehe so benutze eigentlich ganz gern die tasten manchmal gehe ich aber halt doch auf die tasten auf der tastatur der da ist das das würde es so viel einfacher machen wenn die wenn das auch markiert wäre während man im truck sitzt so das problem mit den aus mit den jacken die sie immer automatisch aus oder nicht mehr zu sehen sind das ist wohl auch behoben zumindest sehe ich jetzt dauerhaft die winterjacke als an dann oh ich freue mich das wird das wird spaßig denke ich ähm ne werkzeugkiste will ich nicht verkabel und genau so doch war ich echt froh ich hab am wann kam das am freitag ne am donnerstag 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 kam das eisrote lc raus donnerstag abend ähm so ja das haben wir unsere fuhre und damit würde ich sagen starten wir dann in der nächsten folge jetzt gehen wir dann nämlich erstmal beenden wir die folge hier an dieser stelle ich sag danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen und dann ist er doch beim nächsten mal wieder mit dabei in diesem sinne ich sag danke und tschüss bis zum nächsten mal natürlich hier 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 hier